Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Stadtradeln 2024 ist Geschichte seit zwei Tagen im Landkreis Freudenstadt und hier in der aktuellen Folge so ein paar Gedanken von mir dazu, wie mein Stadtradeln 2024 lief und auch noch ein paar Gedanken zum ganzen Thema Stadtradeln. Aber vorab für alle die, die am Thema nicht so ganz dran sind, Stadtradeln ist eine Initiative, wo man einfach in der Gemeinschaft, in der Kommune Kilometer für den ökologischen Zweck sammeln kann. Oder Radeln für gutes Klima heißt es ja offiziell im Werbeklaim vom Stadtradeln. Ich finde es eine ganz coole Geschichte, um einfach auch ein paar aufzuzeigen, wo man vom Auto wegkommen kann, hin zum E-Bike, was ja hier auch, oder zum Fahrrad im Allgemeinen, was ja auch so ein bisschen mein Kanalleben hier im ganz tiefen Sinne eigentlich begründet. Ich habe euch mitgenommen auf Instagram alle Tage, die ich geradelt bin. Es waren einige. Es waren ja 21 Tage Stadtradeln, also genau drei Wochen. Und ich habe da auch so einige Tage Radeln zusammengebracht, was ich echt ganz chillig fand. Jeden Tag habe ich es nicht ganz geschafft, aber ich glaube, außer drei, vier Tage bin ich durchgehend Rad gefahren. Meine Challenge war ja auch ganz klar, ich möchte schaffen 800 Kilometer in diesen 21 Tagen, was ich wusste, was grenzwertig sein kann, weil 800 Kilometer ist viel in 21 Tagen, Strich drei Wochen. Also, wenn ich mein Monatspensum immer so hochrechne, bin ich so bei zwischen 800 bis so 1000 Kilometer im Monat, je nachdem, wie die Monate so laufen. Ich kam jetzt hier als kleiner Spoiler schon mal dahin, nicht auf meine 800 Kilometer, sondern nur auf 610 Kilometer. Was ich aber völlig okay finde und was für mich auch dieses Jahr im Stadtradl-Motto völlig klar war, ich gehe dieses Thema an völlig reell und ich fahre auch die Kilometer, die ich im Alltag normal fahren würde. Und ich mache jetzt keine Extradtour da rein, um die Zahlen einfach hochzuschieben, sondern einfach nur, was ich wirklich reell im Alltag unterwegs bin. Es waren zwei kleine Radtouren dabei, die außer der Reihe waren in der Zeit, aber der Rest war alles eigentlich bei mir komplette Alltagsfahrt. Also quasi Ersatz fürs Auto, was mir auch hier ja ganz persönlich mir auch ein Anliegen ist, muss ja nicht immer für die Strecke zum Bäcker mit zwei Kilometer den großen SUV rausholen. Also wurden es 610 Kilometer in 21 Tagen, also 30 Kilometer rund am Tag, was auch so ein bisschen meinem Fahrspiegel entspricht, was ich sonst im Alltag eigentlich oder am Tag auch fahre. Ich wurde, stand Samstag, wurde ich Platz 23 mit dem Team, in der ganzen Statistik so weit so gut, kann sich noch ein bisschen beschieben, verschieben, weil es können immer noch Zahlen eingegeben werden, auch im Nachgang, was ja auch völlig okay ist. Da müssen wir nachher aber auch mal drauf schauen, weil so manche Gedanken, muss ich ehrlich sagen, manche Teams reisen da Kilometer runter, wo ich mir echt ab und zu überlege, die auf Platz 1 stehen, ob das immer so ehrlich gefahren ist oder vielleicht auch mal der ein oder andere Kilometer mehr eingegeben wurde. So ein kleiner Kritikpunkt, ich glaube, da wäre eine bessere Identifizierung der gefahrenen Kilometer vielleicht im Thema App und Co. ein bisschen besser, weil das glaube ich oder weiß ich nicht immer, ich kann es nicht sagen, nur so ein Gefühl von mir, wo ich sagen könnte, ab und zu sind die Stände doch ein sehr, sehr hoher Zahlenstand dahinter. Warum jetzt aber keine 800 Kilometer es wurden, ist eine ganz einfache Geschichte. Es war ganz einfach für mich nur Alltag. Und wie gesagt, ich wollte es nicht hochjagen mit künstlichen Fahrten, sondern wirklich auch in den Alltag einbauen und so meinen Alltag auch runterleben, wie es ist. Und wenn ich einen Tag auch mal habe, wo wirklich meine Wege komplett saug sind und vor allem es regnet wie Sau, dann nahm ich auch zwei Tage in der Zeit das Auto, was für mich auch soweit völlig klar ist. Heißt ja auf dem Kanal, wie ich es immer sage, 80% Fahrrad und 20% Auto. Damit komme ich auch ganz gut hin. Auch den Spiegel, 610 Kilometer, muss ausrechnen durch 21 Tage mal 31. Damit komme ich dann genauso auf den Kilometerstand, den ich für mich persönlich fahre von so 900 Kilometer im Monat. Was auch für mich genau dem entspricht, was ich immer fahren möchte und auch jeden Monat so runterreise. Also im Jahr so irgendwas von 10.000 bis 12.000 Kilometer, je nachdem, was ich da hinbekomme. Es war für mich aber auch eine Frage vom Alltagsfahrkompatibilität dieses Mal und Thema auch Kondition. Klar, muss man einfach auch sagen, wenn man noch im Alltag nebenher arbeiten muss, sollte man auch nicht gerade morgens vorm Job die 50 Kilometer runterreißen und abends die auch nochmal, weil irgendwann wird der Tag dann vielleicht Freitags oder Donnerstags ein bisschen arg zäh, wenn dann die Kondition irgendwann einem zur Neige geht. Ich weiß, auf YouTube geht einem nie die Kondition, außer man hat immer noch genügend Power, um es nochmal 500 Kilometer zu fahren. Da bin ich ein sehr ehrlicher Mensch und muss einfach sagen, wenn ich das machen würde, würde mir irgendwann auch mal, waren es viele Würde, dann würde mir auch mal irgendwann die Energie ein ganz klein bisschen ausgehen. Deswegen ist es auch eine Frage der Kondition, wie hoch ich da mein Ziel setze und dass auch noch die Leistungsfähigkeit im Alltag drin bleibt. Auch ein Tipp an alle, die den Umstieg machen wollen, weg vom Auto hin zum E-Bike, vielleicht auch in das Thema sanft rein starten, dass man auch ein bisschen Thema noch hat und Zeit noch hat, um sich klein wenig zu regenerieren, was nicht ganz unwichtig ist und im Alltag auch noch die Leistungsfähigkeit zum Arbeiten zu erhalten. Schauen wir mal nach, wie eure Kommentare das sind, aber bleibt ehrlich und denkt auch darüber nach, ob ihr wirklich Zeit habt und sagt, okay, ich kann einfach nur Rad fahren, habe Urlaub gehabt, whatever, andere Geschichte. Wenn man aber nebenher arbeiten muss, muss man auch ein bisschen auf das Thema drauf aufpassen. Fahrmodi, was bin ich gefahren? Und da schauen wir auch mal drauf. Eigentlich alles im EMTB-Modus, gelegentlich auch mal der Turbo, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wenn man dann abends mal heim möchte, dann schalte ich auch mal so in zwei Prozent meiner Fahrten gern auch mal den Turbo ein, wo ich dann einfach sage, einfach nur nach Hause und kein Bock mehr, um sich großartig ums Fahren zu kümmern. Ich denke, es ist rein menschlich und da bin ich einfach auch soweit ehrlich und sage, wie es einfach gelaufen ist. Aber im Regelfall der EMTB-Modus von Bosch, E-Bike oder Smart System, je nachdem, wie wir es nennen mögen. Fahrräder bin ich gefahren. Dieses Mal war ja für mich auch das Motto, ich kann mir Räder raussuchen aus meiner Garage, die ich für den Tour einfach haben möchte. Da habe ich ja im Vorjahr gesagt zu mir ganz klar, nehm ein Fahrrad und fahr alles auf einem Fahrrad. Hat sich für mich ein bisschen als alltagsuntauglich eingestuft, weil ich ab und zu auch Bock drauf habe, mal andere Fahrräder mitzunehmen. Deswegen bin ich gefahren dieses Jahr auf mehreren Rädern, zum Beispiel auf dem SUV, Convex-Hyron S 6.9er, aber auch auf dem Bike-Build-Mountainbike hier auf dem Kanal. War ursprünglich ja mal ein Convex-Hyron S 2.9er Mountainbike mit ein paar Upgrades. Also vom Prinzip eine ganz chillige Fahrt mit zwei Rädern, die ich bewältigt habe, was so meine Strecke und mein Profil hier auch richtig cool hingeht. Und da hat es auch für mich mega Bock gemacht, auch mega Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Thema Stromverbrauch und was hat mich ganz klar gekostet, auch so eine tolle Sache. Man sagt, man hat mal diese drei Wochen Rad gefahren, da kann man auch eine Bilanz ziehen und seinen, ich habe jetzt einen Stromzähler von seinem E-Bike-Lader einfach mal ablesen. Und mal nachgucken, was kostet sowas überhaupt Energie. Und es ist super spannend, auch mal zu sehen und auch ein bisschen eine Referenz zu bekommen, was man aus einem Akku rausholen kann an reellen Zahlen. Ich habe jetzt gebraucht für die 610 Kilometer Gesamtstrecke, Räder zusammengenommen, die beiden, wo ich gefahren habe, 6,51 Kilowattstunden Strom. Also, es ist eigentlich nicht wirklich viel, wenn wir es in monetäres Geld umrechnen und nehmen mal einen Strompreis von aktuell für 40,50. Sie sehen, wie die Strompreise noch liegen mögen, schwanken ja ganz gewaltig aktuell. Reden wir da von einem Strom zwischen, sagen wir mal, 2,50 und 3 Euro. Also für 610 Kilometer 3 Euro Strom. Das ist eine coole Nummer und die konnte ich auch mit dem Balkonkraftwerk kompensieren. Das schauen wir uns aber in einer separaten Folge nochmal an, ob man mit einem Balkonkraftwerk, mit einem Balkonkraftwerk, mit so circa 240 Watt Peak, auch sein Fahrrad laden kann, rechnerisch. Separate Folge, machen wir uns aber den nächsten Tagen nochmal Gedanken, deswegen schon mal ein Abo da lassen, Like da lassen. Dann verpasst ihr auch nicht diese spannende Folge. Das heißt aber auch, wir haben, wenn wir eine Gesamtleistung hatten von 6,51 Kilowattstunden Strom auf die 610 Kilometer, dann kommen wir auf rund, gerundet, eine Kilowattstunde Strom pro 100 Kilometer. Also eine wirklich coole Zahl, wenn ich das mit dem Auto mal vergleiche. Und ich sage nicht mehr, ach, was ist ein E-Auto, weil es super sparsam, fahre ich mit so 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Dann bin ich beim Erzähntel, was für mich schon mal eine ganz coole Zahl ist, um einfach auch zu sehen, wie man dann doch im Verkehr auch ein bisschen Geld sparen kann, wenn man gewisse Fahrten einfach aufs E-Bike auslagert. Es ist wirklich brutal, was man auch oftmals an schwerer Masse und Luft bewegt, wo man halt einfach beim Fahren mitbezahlen muss. Auto wiegt dann ein E-Auto 1,5 bis 2 Tonnen. So ein Fahrrad, Systemgewicht vielleicht 130 Kilo. Also merkt man genau auch, wo da die Reising ganz klein bisschen hingeht. Man sieht aber auch da genau, dass ich so rund mit einem Tausender Akku komme ich so rund hin, 100 Kilometer mit meinem Fahrstil, sprich EMT-B-Modus und Co. Und meinem Körpergewicht, Systemgewicht, Körpergewicht 95 plus minus. Und halt das Fahrrad noch dazu, dann bin ich bei mir mit dem Systemgewicht mit Taschen oftmals bei 130 Kilo. Und dann reden wir halt da ganz cool über 100 Kilometer mit dem Tausender Akku, die ich im EMT-B-Modus hinbekomme. War für mich auch die Bestätigung zu, wo ich genau weiß, wie mein Fahrverhalten ist. Aber immer schön zu sehen, dass man auch in diesen 21 Tagen mal rechnerisch ein klein bisschen nachschauen kann, was da so ein bisschen rauskam. Fazit. Stadtradeln 24, mache ich hier mit in 25 und habe ich Bock drauf. Ich finde es eine coole Aktion, um einfach vielen Leuten zu zeigen, das Auto kann man auch mal stehen lassen. Man kann auch mal gewisse Strecken mit dem Fahrrad fahren. Und man muss nicht mit dem dicken SUV vor dem Bäcker stehen, zwei Kilometer. Und auch noch den SUV vor dem Bäcker am besten laufen lassen, was leider oftmals die Regel ist. Das ist so eine Sache, wo ich glaube, vielem an der Aktion auch mal den Spiegel vorhalten kann. Es kann auch deutlich günstiger gehen. Und auch vor allem vom Ausgleich her, beim Fahrradfahren bin ich halt vom Kopf her wesentlich freier, als wenn ich da irgendwie durch die Gegend schieße und mir irgendwie von Termin zu Termin hetze. Da macht das E-Bike-Fahren schon deutlich, deutlich mehr Spaß. Für mich war es auch wichtig, reale Zahlen zu haben, euch mit reinzunehmen in ein komplett reales Leben zum Stadtradeln 2024 und nicht irgendwie jetzt Zahlen hochzusetzen oder hochzufahren extra, um auch mal für mich einen Spiegel zu haben, wie läuft meine normale Woche ab oder mein normales Fahrleben ab. War für mich auch ein cooler Benefit, um das einfach zu sehen. Schauen wir doch mal nach, wie es dann wird in 25. Klar mache ich wieder mit in 25, finde die Aktion einfach nur cool. Ich hoffe nur, dass alle Zahlen, die eingereicht werden, immer so wirklich stimmen und nicht ab und zu auch mal der 100 Kilometer mehr draufkommt, so mein Bauchgefühl in der App. Muss man einfach mal ein bisschen aufpassen. Finde ich ab und zu manche Fahrstrecken dann doch, weil manche fahren sehr, sehr stark. Aus dem Thema Vergleich zur Kondition muss man es ab und zu auch durchhalten. Aber was kommt noch? Das ganze Thema Balkongraftwerk und kann ich in einem Balkongraftwerk meinen Strom mehr erzeugen? Für mein E-Bike-Laden. Da schauen wir nochmal drauf in der separaten Folge, weil es war einfach jetzt auch eine coole Zeit, um die Daten zu erfassen, die 21 Tage und dann nochmal die ganzen Daten an euch rauszuhauen und mal zu schauen, geht es, geht es nicht und wie viel habe ich übrig oder wie viel reicht es einfach auch nicht. Das können wir mal schauen in der separaten Folge, um auch wirklich mit dem komplett grünen Fußabdruck seinen Verkehr dementsprechend zu bestreiten. Weil es heißt ja, Stadtradeln, Radeln für gutes Klima. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um es einfach einzuhaken. Für mich aber viel mehr. Und ich habe auch schon auf dem Kanal ganz, ganz viele mitnehmen können, die das Auto haben stehen lassen und mittlerweile mit dem Bike unterwegs sind, um einfach von A nach B zu kommen. Ob Sommer, ob Winter, völlig egal. Das geht ja relativ cool, weil ja so viel Winter haben wir ja nicht mehr. Und deswegen geht es auch im Winter oder in der kälteren Jahreszeit relativ schick. Soweit diese kleine Folge. Lasst noch ein Abo da. Habt mal in die Kommentare unten rein, wie euer Stadtradeln 2024 schon war oder noch mittendrin seid, weil es ist ja einfach kommunalabhängig, wie die Zeiten laufen. Haut es einfach mal rein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut und bis dann. Ciao. 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 Musik